So, hi Leute und herzlich willkommen hier bei Let's Play Force. Ich bin euer Neonatorer und wir zocken mit der Delta Panos und Nick. Yo, yo! Mit Online. Hi Leute! Boah! Bisschen mehr allein das nächste Mal, was soll denn das? Naja, also wir starten jetzt einfach eine Online-Playlist und für euch, ich habe neu angefangen, ja? Wie ist dein gelöscht? Ja, er war vorher nur Level 3 und er meinte, komm, er muss von vorne anfangen, ne? Ja, dafür habe ich schon 1097 Checkpoints im Checkpoints-Event erreicht, ne? Yay, wir sind fast alleine. Und übrigens, ich habe mir auch Grid Online geholt, hier hat Grid 2 und jetzt kann ich mitmischen. Ja, Delta hat immer gemeint, nee, wir sind so nubig und Nick kann nicht fahren. Nein, habe ich nicht gesagt. Nein, ich habe mich, ich habe, nein, ich habe gesagt, dass Grid Online, dass Grid 2 halt nicht so wie Gran Turismo ist. Und es hat sich herausgefunden, es ist nicht das gleiche. Es ist aber klar, es ist auch nicht das gleiche Spiel, ne? Genau, okay, es macht Spaß, man kann Spaß haben, aber die Realität ist halt nicht so wie bei Gran Turismo. Gran Turismo ist ein Simulator. Da kannst du ja alles einstellen und du kannst Gänge wechseln und das ist einfach viel besser. Kann ich auch ja eigentlich. Ja, wie denn? Ja. Oh Mann, ich hasse den Dodge. Dodge Challenger SRT 8. Was fahren wir übrigens? Habe jetzt nicht aufgepasst, ich habe mir nämlich gerade ein bisschen die Statistiken angeguckt von Nick und so. Red Bull Ring auf jeden Fall. Ich glaube, normalerweise Ausdauer. Okay. Na dann. Ausdauer, da haben wir zumindest jede Menge Zeit, dass wir langsam nach vorne kommen, ja? Leo hat ja ein bisschen Erfahrung beim Spiel, ne? Ja, ein bisschen, also... Ja, was sagt man da? Ja, mir fehlt diese Erfahrung. Hm. Also, ich war auf Level, was war ich? Ich glaube, 36. 33, 33, ja. Ich war Level 50 und musste meinen Spielstand zurücksetzen. Ja, aber es ist schon wieder ewig her, hier, ne? Ja, ich wollte Platinale haben, ne? Dreimal Spielstelle, oder zwei Mal. Oh mein Gott, das kann das werden. Ah, haha, geil. Nick fährt natürlich im schnellen Wagen. Ah, wundert mich nicht. Neo, ich gebe dir die Rückendeckung. Ey, Panos. Brauchst nicht, brauchst nicht, brauchst nicht. Fahr einfach, ne? Okay. Ah, die Kurve hätte ich ein bisschen schneller nehmen können. Nick, fahr mal vorbei. Hey, hey, jetzt... Warte, ich kippe, ne? Ja. Wir gehen ja mal an dich los. Alles klar, Neo, seht ihr mir, alles ist sicher. Und, Delta, kommst du nach? Ja, nach schon, nur halt, wow. Es ist nicht wie... Grand Turismo. Nicht wie Grand Turismo oder sonstige Spiele. Man muss weniger bremsen, man kann mehr driften. Ja, du bleibst in die Kurven, das ist kein Thema. Ich habe immer Angst, in die Kurven rein... Oh, scheiße. Ich habe immer Angst, in die Kurven rein zu... Donnern. Oh, ja, jetzt bitte, bis er zu stark gedriftet hat. Au. Oh, ich auch. Na ja. Aber solange das Let's Play-Force-Team vorne ist, ne? Ja, ich habe keine Stoßstange mehr. Ja, ich auch nicht. Schade, irgendwie lässig aus, ne? Ja. Aber das sind beide auf der gleichen Kurve einbauen, ne? Und Nick geht mir schon am Arsch wieder. Bin ich schneller gerade? Oder höchst du bremsst auch, okay? Ja, ich habe extra gebremsen mit Tifol. Das wäre ich mir sicher. Und dieser Driften, ey. Das ist ganz anders wie bei Gran Turismo. Bei Gran Turismo musst du aufpassen, weil du rausfliegst. Hier, der zieht dich einfach nur rein. Ja, da... Aber es ist zum Beispiel Fahrzeuge wie der Giulietta, ja, beim Driften. Auch mit Vorderrad kann man hier driften, relativ gut. Allerdings musst du da die Handbremse in der Kurve ziehen, damit er weiter driftet. Und jetzt fährt er einfach geradeaus weiter gegen die Wand. Und schon wieder derselbe Fehler. Hoppla. Ne, hast mich nicht erwischt. Ja, ich habe den ein bisschen geknutscht. Ah ja, tut das gut. Neo. Du musst doch unbedingt den Fernseher ein bisschen leiser machen. Du glaubst, das hört man sogar durchs Headset. Ja, natürlich. Ah, shit. Naja, first let's play darf ein fail let's play sein. Was? Absichtlich gekürzt? Was ist das für eine Scheiße, Junge? Ich habe noch nicht abgekürzt. Hast du noch nie gehabt, oder was? Ich habe nicht abgekürzt. Nur der Vorderreifen war im Gras drin. Das sagst du. Ja, übrigens, du kannst auf Dreieck zurücksetzen. Nein. Oh, nein, nein, nee, äh, der Pound ist abgekürzt. Oh. Was kann ich zurücksetzen? Auf Dreieck zurücksetzen. Falls du einen Fehler machst. Kannst du fünfmal machen. Außer bei Hardcore. Ähm, Dreieck halten, oder? Nee, nur dreieck. Einmal drücken und dann setzt du zurück. Dann bin ich wieder... Auf der Strecke. Auf der Strecke, okay. Mit ein bisschen Tempo meistens. Aber nicht immer, ja, verlasse ich nicht drauf. Glaubst du, Nikas ist schon hinter mir. Kann das sein? Bist du Fünfter? Ich bin Letzter. Äh, nee. Ja, Fünfter. Ja, dann bin ich hinter mir. Dann bin ich... Ja, der Typ auf jeden Fall hängt mir jetzt ein bisschen am Sack. Am Arsch, besser gesagt. Aber es macht nichts. Also, bei meinem vorherigen Account hatte ich Durchschnittsplatzierung vier. Diesmal möchte ich es ein bisschen besser machen. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Spielerfahrung. Werden nicht gar so viele Siege hier vergeiern. Ja, Nikas hat eine Durchschnittsplatzierung von eins, hä? Ja, habe ich vorhin gezeigt. Ja, meine mit zwei. So, der hinter mir hat jetzt genau 50 Sekunden Zeit, dass er noch vorkommt. Glaubt ihr schafft das? Ähm... Ejo, bist du zwischen uns zwei? Was kann ich mal mit mir los? Ich bin jetzt Dritter, also weiß ich nicht genau, wo ich bin. Und der... Das ist auch ein Italiener und der pickt mir am Arsch. Aber so richtig. Scheiße, freut mich gerade. Aha, das ist geil, okay. Eke, ich bin links von dir. Uh. Das ist mit die Kilometerzahl, okay. Dankeschön. Ja, die meisten Kilometerzeiten. Du bist nicht reingefahren. Ich habe gerade nochmal die Kurve genommen. Ey, na gut, dass ich gerade nicht Let's Play. Oh mein Gott. Er wird gewinnen, er wird gewinnen. Nein! Ach, da vorne. Der habe ich gleich gesehen vor mir. Oh mein Gott. Du hast mehr Power, ich habe alles gleich Auto, weißt du? Ja, ich glaube, es ist einer schon ein bisschen getunt. Der Pimpen ist noch letzter. Ah ja, eigentlich traurig, ne? Nein, keines von euch beiden hatte ein schönes Auto. Ah, okay. Na dann, dann hat er ja ein bisschen mehr Schwung. Aber es war sehr, sehr, sehr knapp. Ja, und da sieht man auch schon, dass Neos Erfahrung was gebracht hat, denn ich konnte mich nicht vordrängen. Ne, der andere allerdings schon, aber ja. Wir haben gleiche Autos. Also, mein ist ja nicht gepimpt und eins ja auch nicht. Also, schnellen Leveln wollten wir nicht, ne? Ne. Besonders, wenn man die letzten Plätze bezieht. Ja, ja, leider. Das ist ein Problem. Ja, ich weiß. Aber es ist nicht, was hätte er uns ja vorlassen können. Aber vielleicht wird die Lobby noch voller. Hoffen wir es. Ja, natürlich. Noch so ein paar Level 100er, ne? Das macht nichts. Das macht überhaupt nichts. Machst du dann noch mit dem letzten Platz, dann noch 2000, 23000. Das ist ja überhaupt kein Problem. Jetzt haben wir S2 Kalifornien. Boah. Ne, das war gerade, oder? Ja, das war gerade. Ne, das kommt jetzt. Das kommt jetzt? Ja, das war der Gegenstipp. Wenigstens die Strecke ablehnen. Oh ja. Ist das so eine Sprintstrecke, oder wie? Ne, so eine Duellstrecke. Vollsteilstrecke. Boah, warum? Ne, 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 zeigen wir. Wir zeigen es einfach, komm. Wir wollen alle Strecken. Ne, komm, wir zeigen alle Strecken. Egal, was da jetzt ist. Ja, wir zeigen ein bisschen Kalifornien und ja. Doch nicht 10 Kilometer. Doch, warum nicht? Das ist doch auch mal nett. Fünf Runden, oder was? Ja, weil ihr den Berghof fährt, oder was? Ja, ist doch besser als vier Runden auf, weiß ich nicht, Red Bull-Rennen. S2, ah Gott, schon wieder der Dodge. Mann, ich hasse diesen verfickten Dodge schon. Glaub mir, es gibt viel schlimmere Autos. Aber zum Driften ist der Dodge geil. Ja, zum Driften, weil ich ein paar Bun-Outs machen möchte, ja, aber nicht für so ein Rennen, wo man Nismo R34 GTR Z-Tune hat. Oder, was ich mich auch schon freue, BMW E320 Touring-Car. BMW ist auch dabei. Ja. Geil. Es gibt einige M-Modelle, dann Touring-Car gibt es. Es gibt sogar den E30, der Alter, falls du interessiert bist. Ja, genau, den E30 gibt es auch. Mercedes ist auch dabei. Mercedes habe ich gesehen, der 190er, der alte Modell. Der ist cool. Und da gibt es eben die gleiche Serie von BMW quasi. Die sind ja gleichzeitig produziert worden, was ich weiß. Das waren ja Konkurrenz-Fahrzeuge. Neo, sollen wir versuchen, niemanden vorbeizulassen? Vergiss das, das geht nicht gut. Da landest du als Letzter. Vor allem, wenn Nick hinter dir ist und du nirgst ihn. Ja, Panos, falls du ein Bun willst, einfach nur Bescheid sagen. Geht ganz schnell. Ey, das ist doch ein Witz. Wenn du meinen Freundin was fragen, kannst du den Fernsehleiser machen? Bitte. Ja, und ganz liebe Grüße von meiner Freundin Delta. Danke, zurück. Hab ich vorhin vergessen, sorry. Nee, aber auch ist egal, wie ich jetzt so weit sind. Ja, mich hat es gedreht. Er ist ja cool. Wer klebt mir am Arsch? Silberanismo, kann das sein, Nick, vor dir? Ja. Das war ein bisschen zu leise. Ja, von wegen. Zu spät. Da hat er einen Abgang in die Bärin im Wald gemacht. Ja, okay. Das geschieht ja auch recht. Das war wohl der Däger. Ich bin im Wald reingeplumpst. Ja, das hat er verdient. Habe ich nicht verdient. Ich wollte nicht rammen den Jungen. Und da kannst du noch rechtzeitig dreigendrücken. Weißt du, wenn du einen Fehler machst, schnell dreigendrücken, dann bist du zurückgewinst. Ja, so schnell muss er erst sein. So, jetzt versuchen wir mal ein Delta vorzukommen, ne? Schade, dass ich hier auch gerade nicht Nick zusehen kann, weil es ein Fastil ist ja wirklich einzigartig. Alter, haben sie gerade zwei abgeschossen und ich bin fast ein bisschen gefahren. Oh, diese Daftmänner, das hast du gehasst von mir. Ja, der mich mag auch nicht, weil ich ihn einmal weggerannt habe. Oh, hat er aufgegeben. Alter, sind wir schon wieder als Streamteam vorne, ne? Mit einem guten Vorstand sogar. Delta, du bist gut. Nee, die Strecke ist leicht. Alles fast nur geradeaus. Ja, der, sag's mal so, der Dodge ist langsam. Die Strecke ist für dich nur so leicht, weil der Dodge so langsam ist. Fahr mal mit dem Bugatti hier, ja? Und dann noch mit zwölf Mann. Ja, das ist wirklich Hardcore und auf Hardcore, ne? Auf jeden Fall. Dann kommst du den nicht an. Ja, da fährst du nicht lange. Ich hatte mal ein Rennen, das hat vielleicht 20 Sekunden gedauert. Alle haben sich kurz nach dem Start eliminiert. Aber komplett. Boah, Nick, was du für einen Vorsprung gehast, gibt's doch gar nicht. Unglaublich. Ich glaube gar nicht, dass ich ans Ziel komme, Alter. Au. Bisschen die Kurve unterschätzt. Du auch, Delta, oder? Ja. Nick, fahr mal den Berg hoch. Aber ich fuhl ganz schön auf, weil du schon fast in Gefahr, musst du mich zurücksetzen. Ja? Das will ich jetzt ein bisschen ran. Ja, richtig. Das ist aber auch, wenn ich andere Fahrzeuge gewohnt bin, ne? Mein S2 bin ich eigentlich mit dem Nismo oder... Ja, einmal auf Berg hoch, nochmal zurücksetzen. Alles klar, jetzt bleib ich das schön am Arsch. Da stehst du drauf, ne? Auf Ersche. Also, wenn ich andere Fahrzeuge freigeschalten hab, werde ich garantiert nicht mit dem Dodge Challenger fahren. Aber im Laufe der Zeit will ich alle Fahrzeuge fahren, übrigens, ja. Wow! Da dreht mich der Delta. Sehr nett, sehr nett. Jetzt fahr schon vor. Boah, Nick, hast du die Kurve scheiße genommen? Wow! Ich bin ohne zu bremsen reingefahren. Ich hab die sogar zuvor. Ich fahre gerade mit... Ich bin gerade die ganze Zeit mit dem Drang gefahren. Oh, bla! What the fuck? Dass du vorkommst? Ja, dass ich vorkomm und unter Stress zu fahren, das ist gar nichts. Askan, Nick, jetzt erst mal Delta zuschauen. Erst mal Delta zuschauen. Boah, fick dich, Junge, fick dich! Nein! Hau ab! Da ist er ja, der Delta. Oh, Mann! Oh, schöne Schraube. Sehr schön, Delta, sehr schön. Immer wenn die mir zuschauen, mach ich scheiße. Jawohl. Musstest du das sagen? Ja, ich wusste, dass du nicht aufgehst. Ja, Gott sei Dank, ey. Ich meine, weißt du, wie das gerade für mich ist? Ich bin voll nervös. Oh, Delta, auch wieder die Bergung. Ja, geil. Ja, ich mein's. Und das ist... Nee, warum? Ist doch sowieso zu spät hier. Ich mein ja noch. So. Ich bin fertig. Fertig. Ich bin fertig. Alter, kommt, da war das zweite Reste. Jetzt schon? Ich bin gestresst. Oh, da würde ich Delta mal gerne mit dem Königseck sehen. Leute, ich verabschiede mich in diesem Fall einmal, ja. Und wenn ihr sehen wollt, wie ich den Delta das nächste Mal fertig machen werde, nochmals, dann schaut euch das nächste Mal vorbei. Bye-bye, Leute. Freut mich. Ciao. Tschüss. Ciao.